im sommer 99 dachte ich noch mein führerschein wäre wahrscheinlich das aufregendste was mir passieren könnte da hatte ich noch keine ahnung wie unberichtbar das leben sein kann und wie nah doch manchmal der größte schmerz und das größte glück nebeneinander liegen danke aber ich glaube das hätte ich ja noch alleine in muckung eigentlich gehört die hefte jetzt mir ich wusste doch dass ich den kenne was machst du eigentlich wenn du mal alt und hässlich bist darüber mache ich mir keine sorgen egal was du beim suchst du wirst es nicht finden denn hier ist nicht der strahlende ritter auf dem weißen pferd weißt du mein leben ist in wirklichkeit richtige katastrophe und wenn du schlau bist dann läufst du einfach ganz schnell weg das will ich aber nicht jessica mit jemandem zusammenzuziehen das ist ein riesen ding ihr habt doch alle zeit der welt hau neben nicht was heißt das meint ihr äh aids nein ich meine ich mein hiv positiv das ist ein unterschied ich will dir nur helfen okay ich brauch deine verschissene hilfe nicht ich weiß was ich tue man offensichtlich nicht ich möchte einfach mal verstehen was willst du da verstehen ich werde niemals eine normale beziehung führen siehst du da hinten dort wo sich himmel und erde berühren dort kann man zwischen den welten hin und her springen da können die toten die lebenden besuchen und umgekehrt siehst du da hinten ja Untertitelung des ZDF, 2020